Das hier ist ein Saxophon, ich dachte, ich erwähne das mal, auch wenn das uns allen offensichtlich erscheint, aber in Zeiten des postfaktischen, muss man sowas glaube ich immer mal wieder sagen, könnte wahrscheinlich auch erst drei Monate, wenn es fittern, konsequent, dass das ein Trompete ist und ich mit dem Trompetenprogramm auf der Bühne stehe und nach einer Weile würde wahrscheinlich die Hälfte meiner Follower das glauben und dem anderen wäre es egal. Das ist ein Saxophon, demzufolge bin ich für das Spiel, ein Saxophonist, finde ich relativ stringent, logisch, in sich. Wir Saxophonisten, man glaubt es auf den ersten Augenblick ja so gar nicht, wir sind unglaublich emotionale Wesen und das möchte ich mit dem folgenden Stück einmal kurz demonstrieren. Das habe ich jetzt mal als Spezialsaxophon genommen, das ist wichtig dafür, ein Stück von Bill Withers mit dem Titel Ain't No Sunshine When She's Gone. Das ist wichtig für die Pfeife. Das ist wichtig für die Pfeife. Musik Applaus 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 Ja!